Ich bin Florian Schertl, ich bin 29 Jahre alt, kandidiere für die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg für die Bezirksverordnetenversammlung. Ich heiße Nijo Celik, bin 39, bin in Kreuzberg geboren, bin Film- und Theaterregisseur. Und jetzt würde es mich überzeugen, dass diese Lebensart besser ist als meine. Jeder soll hier die Möglichkeit haben, so zu leben, wie er leben möchte. Und den Freiraum schützen, das finde ich, ist eben eine politische Aufgabe. Die Verdrängung passiert dann, wenn man es zulässt. Und hier in diesem Bezirk hat Anarchie immer eine große Rolle gespielt.